Womit kann ich dienen? Euren Wunsch. Das wird etwas schwierig. Hm. Okay. Ja, bitte. Mit Vergnügen, Herr. Und weiter. Ich weiß, die Ratte macht sowas nicht, aber es ist erstmalig, dass wir tatsächlich die Chance haben, das effektiv einzusetzen. Wir machen es mal mit Leiterträgern. Ich versuch's nochmal. Ich will mal so sein, wenn denen noch eine Chance geben. Torhaus, bitte geh auf. Ich möchte das jetzt nicht händisch machen. Torhaus, jetzt tu dich so. Torhaus! Machst du mal hinne? Ey, na geh doch. Sehr wohl, mein Herr. Bin zur Ste... Bin zur... Es werden Waffen benötigt, Sire. Sehr wohl, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wenn das gut klappt, dann... Es werden Rekruten... Kommen wir direkt von hier auch zum Werkfriedhofen. Komm, das könnte reichen. Versuchen wir's mal. Leiterträger-Power. Sehr wohl, Sire. So schnell ich kann... Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Ihr seid... Es ist zumindest Ratten-Style aus Stronghold 1. Der hat Lattenträger, ja. Der hat Lattenträger eingesetzt. Der hat Leiterträger eingesetzt. Soll ich mich halt nur mal anlassen. Tötet ihr bitte mal diese Schleuderschützen? Das gibt's doch nicht. Das... Das kann doch nicht wahr sein. Nur doch auf, euch abschnetzeln zu lassen. Wir haben ja keinen richtig geschützten... Da hätten wir einen geschützten bereit. Ne, hätten wir nicht. Das ist ja gerade richtig ekelhaft. Okay, versuchen wir's gleich nochmal. Das muss doch mal klappen mit Leiterträgern. Das kann man mir doch nicht erzählen. Das ist ja nicht genau. Das ist das Niel funktioniert. Irgendwann auch zumindest mal zufällig oder so. Na, die hat ja auch noch hoch und schützt. Was da schon wieder kommt. Oh, scheiße. Ich hab die Nahrung vergessen. Da müssen wir kurz hochgehen. Das Mittelvorräte wachsen. Kaboom. Nee. Weil die Leiterträger wirklich nahezu instant wegkippen und die Leitern ja auch nicht mal da bleiben, wenn sie sterben. So wird das nichts. Hier können wir ein bisschen erhöhen, die Produktion. Ihr habt nicht genügend Güter. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Da kommt. Macht mal ein bisschen hinne. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Piu, 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 piu. Bin zur Stelle. Wollte ich nur gesagt haben. Das war mir wichtig. Lag mir auf dem Herzen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich gebe viele, die würden sich damit zurückhalten, aber das Piu, Piu muss einfach mal raus. Einer muss es ja mal gesagt haben. Wheeltalk und so. Ich habe mich lang genug zurückgehalten. Aber die Wahrheit muss ans Licht. Ich bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dann haben wir noch mal ein paar Bogenschützen. Dann versuche ich das noch mal mit der Schwächungsaktion. Das hat doch die Menge an Schleuderkampfen, die da auch immer rausschickt. Das ist krank. Der schafft es echt, so immer meine Bogenschützen aufzuhalten. Er hat auch wieder Bogenschützen bei denen. Ein Stück zurück. Vorsichtig. Ich schieße mich sogar von hier aus. Ja, bitte. Okay, hier bekomme ich die Ressourcen rein, die wir brauchen. Dann kaufen wir noch mal ein bisschen was her. Sobald wir jetzt auf 100, wir sind auf 100. Gut, dann wieder auf Liberation. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Es sind echt so viele Lanzen gerade rein. Das ist der Wahnsinn. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. An den Ball. Ihr könnt auf uns die Schleuderschütze machen oder einen Strich durch die Rechnung. Und da stecken auch schon wieder welche. Nee, das können wir fast echt mit Leiterträgern knicken. Es sei denn, wir räumen genug. Aber Leiterträger sind echt zu für den Arsch in dem Spiel. Es ist Wahnsinn. Das ist tatsächlich etwas, was Stronghold 2 deutlich besser gemacht hat. Die haben wenigstens Leiterträgern wieder einen Sinn gegeben. Schreiben wir mal diesen blöden Kack-Bogenschützen, der mir ja einen nach dem anderen wegsnipert. Der wird echt von irgendwas gedeckt. Eure Befehle? Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich würde gerne mal mit Leitern stürmen. Es kann doch nicht sein, dass das hier so unmöglich ist in dem Spiel. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Kommen wir eigentlich wirklich von da gleich rüber? Er scheint schon, oder? Sieht da noch aus. Oder ist das ein Übergang von großen dann zu kleinen Wellen? Das müsste eigentlich gehen von hier aus. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Wir rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Gut, jetzt gebe ich ihm auch wenigstens mal langsam das Geld aus, obwohl es einen Steinbruch die ganze Zeit arbeiten kann. Es wird aber auch schwierig, den... Weißt du was, wie hungern wir jetzt aus? Wir hungern jetzt alle Sultane aus. Werden die nicht beschossen, oder? Sehr schön. Wir können hier... Okay. Geht's eigentlich darum, eher die hier zu beballern, alle. Ey, die kommt ja schon wieder hier raus. Okay, das lief aber gut. Voll konzentrieren. Was ist das? Das muss dann irgendwann mal vorbei sein mit dem Geld. Das gibt's doch nicht. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Ja, rücken aus. Ja, bitte. Und weiter. Okay. Bogenschützen, bitte. Ich weiß nicht, wie viel Lanzen wir bekommen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Ihr könnt auf uns zählen. Jetzt kriegen wir die Bogenschützen, die sind sehr effektiv auch rausgesnipert. Also, sie können sich schon wehren, so ist es nicht. Vielleicht können wir jetzt tatsächlich endlich mal Leitungsregel benutzen, ne? Die Hoffnung schwebt ja immer noch so ein bisschen. Wohin gehen wir? Vom inneren Auge. Mein Bogen ist euer. Sehr wohl, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Oh Gott, ein Angriff. Eine Nachricht vom Sulpah. Muss das jetzt unbedingt sein? Hm, andererseits. Der lässt sich gerade auf offenem Feld ziemlich durchnehmen. Das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, mit ein paar Leitertriggern zu landen. Natürlich. Natürlich. Mein Herr, in Bewegung. Kommt, ran da. Das wird jetzt funktionieren. Gefälligst. Ich hab's beschlossen. Ist mir doch Holz vielleicht ein Strich durch die Rechnung oder was? Ach stimmt, wir können ja auf das Toraus hochklettern. Kommt, klettern. Und zum Bergfried. Das muss doch endlich mal was werden. Ja, die glitschen jetzt hier ein bisschen lang. Aber gut, wir haben das Toraus eingenommen. Sehr wohl. Ein da. Jetzt gibt's natürlich nichts mehr zum Erbeuten. Aber es hat mal funktioniert. Es wird doch irgendwo mal Zeit. vom Sultan. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der raren Sultan. So, der gelbe Sultan wird jetzt ein bisschen sabotiert. Allzeit bereit. Sabbe, 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 sabbe. Das Vorratslager ist voll, mein Loch. Ich merke gerade, wir haben einen Überschuss an Holz. Die Waffenkammer hat auch schon mal Lehrer ausgeschaut. Es werden Rekruten benötigt sein. Also wie ein Lehrer. Wenn es so weitergeht mit den Lanzenträgern, dann können wir den letzten Sultan tatsächlich nur mit Lanzenträgern überspülen. Es werden Rekruten benötigt sein. Dass der wirklich keinen Steinbruch hier baut, sondern nur da oben. Das ist auch irgendwie so dämlich. Es werden Rekruten benötigt sein. Und der hier baut überhaupt gar keine Steinbrüche. Deswegen kommt von dem auch gar nichts. Der läuft einfach nur pleite. Der kriegt fast kein Holz rein. So, der sieht einfach vor sich hin. Der Abdul. Stellt euch mal vor, Leiterträger wären effektiver. Und die Ratte würde die aktiv einsetzen. Dann könnte die Ratte verdammt gefährlich werden. Wenn sie mal so die Welle stürmen kann. Hm. Und die auch. Geht doch. Ja, bitte. In Bewegung. Hm. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Komm. Der Lanzenträger. Den hier machen wir noch ein bisschen klassischer. Auch wieder mit Leitern nach Möglichkeit. Den letzten stürmen wir nur noch mit Lanzenträgern. Den Herrn Abdul. Der ist ein bisschen schützt. Mein Bogen ist teuer. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Synchronsterben unter dem Bogenschützen. Bogen gespannt. Der ist noch ein bisschen geschützt. Aber geht noch. Gut. Versuchen wir es gleich nochmal. Eigentlich sollten wir gut vorbereiten können. Der glühende Himmel nähert sich der Festung des Sultans. Schafft ihr auch den Typen hier? Pfeile bereit. Ja geht doch. Boden gespannt. Visierer an. Zeht eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Eure Beliebtheit sinkt. Oh fuck. Ich hab die Nahrung wieder vergessen. Ihr habt nicht genügend Gold. So. Problem gelöst. Wie viele werden wir mit zwei Steinbrüchen reinbekommen eigentlich? Das ist ja Wahnsinn. Gut. Solange man keine teuren Einheiten ausbildet, kommen wir damit klasse zurecht. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, nur Bogenschützer und Lanzenträger einzusetzen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Guck mal, machen wir es mal kurzzeitig so. Um das Plus anbeliebter zu kriegen. Und ihr geht mit Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja. Wie viele Schlotter... Leitern bereit. So. Wir haben, glaube ich, aufgemacht. Von daher geht man hoch. Oh, wenn jetzt der Leiterträger drauf gehen würde, was für einen Ultra... ...Verlust wir hätten. So. Haut aber hin. Geht doch. Wie ist es rumgeglitsche einfach. Da unten ist er die Sau. Da hat meine Bonus geklaut. Er hat man den Kalender mitgenommen. Das Schwein. Was machen da die ganzen Flecken drauf? Wohin ist in der Allzeit bereit. Ah, Mann. Womit kann ich dienen? Ein weiter Weg. Euren Wunsch. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Oh. Ki-do-ki. Einen Sultan übrig und den stürmen wir jetzt einfach nur mit massig Lanzenträgern. Dann machen wir mal ordentliche Spülung. Spülung, Spülung. Ich weiß nicht, was für Haare die haben. Als hätten die gerade frisch in die Steckdose gelangt, die Lanzenträger. So schauen die Haare aus. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, in die Steckdose. Ihr habt mich schon richtig verstanden. Diese mittelalterlichen Sperrkämpfer. Als hätten die in die Steckdose gelangt. Ihr könnt auf uns zählen. Im Kieb. 100% Legit ist das. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr könnt auf uns zählen. Das muss genauso passiert sein. Ich glaube, 200 ist eine Zahl. Da haben wir wieder die Diskussion, was eine Zahl ist und was nicht. Kein weiter Weg. So, ihr nagt jetzt einfach durch. Komm. Ja. Wir werden überfallen. Ja, wir werden überfallen, ne? Wir überfallen hier gerade. Wie viel Schaden die Schleuderschützen machen können. Das ist Wahnsinn. Klatsch, 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 klatsch. Alter, was für Verluste wir machen. Bogenschützen bereit. Ihr könnt auf uns zählen machen. Ich schätze, wie hier hat sie hier drückt. Alter, ist das heftig. Nee, das schaffen wir nicht mit nur Lanzenträgern. Also, guckt mal, das ist fast nichts an Verteidigung. Wie viele Truppen hat der? Oh, ja, die Hälfte von den Schwertkämpfer schon fast. Er hat nur so 30 Schleuderkämpfer oder so, aber das fegt einfach alles nieder. Ja, ich glaube, wir müssen den Plan doch ändern. Es ist einfach jedes Mal beeindruckend, wie übel die Schleuderkämpfer abgehen gegen ungepanzerte Einheiten. Schleuderkämpfer gehen auch ziemlich schnell down, aber Lanzenträger... Ja, Lanzenträger gehen genauso schnell down wie bei Bogenschützenbeschuss. Und das bei dieser hohen Feuerrate der Schleuderschützen... Das wundert dann doch nicht. Kommt, all in. All in. Es wird ein Waffen, die wir uns zählen. Es werden Rekruten... Dieses Kief schützt seine Bogenschützen halt sehr gut. Aber nicht ewig. Mein Herr? Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Sind auf dem Weg. Ihr könnt auf uns zählen. So. Guckt mal, wie schön schnell auch arabische Schwertkämpfer durch Bogenschuss saubern können. Die Europäischen hatten ja gut 200 Schuss aus. Bei den arabischen waren es, glaube ich, nur so 70, 80 oder so. Es ist trotzdem noch sauviel. Aber man merkt dann doch schon, dass sie viel einfacher runtergehen. Das ist dann nicht mehr ganz so heftig. Sehr wohl, Sire. Nehmen wir doch noch mal ein paar. Das wird etwas schwierig. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Oben gespannt. Visiere an. Zähl angepeilt. Pfeile bereit. Die Bogenschützen können ja auch hoch. Klettern. Komm, probieren wir es mal. Ein Bogen ist euer. Mein Herr. Eure Befehle. Bin zur Stelle. Eine Nachricht vom Sultan. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Viel Spaß da oben. Ihr geht mal dahinter. Sehr wohl, mein Herr. Die glitschen wieder runter. Kommt, versucht es wenigstens. Doch nicht so weit rüber. Das ist doch die wahnsinnig. Mein Herr. Ja, ja, sei. Eure Befehle. Wir rücken aus. So. Wollen wir mal, was draus wird. Hier runter oben mal. Hier runter hinten. Dann ist erstmal Ruhe. Dann haben wir noch 26 Lanzenträger. Scheiße. Weil die meisten noch hier stehen. Dann muss ich irgendwie verhangen. So, geht nochmal hin und macht das Tor aus nochmal auf. Zwischenseits auch ich dafür, dass nochmal ein paar Lanzenträger kommen. Und auch nicht. Oh Gott, ich hab vergessen, die Steuern zurückzustellen. Und mich wundert, worum das Geld weggeht. Wir verlieren ein bisschen Gold. Ihr könnt auf uns zählen. Oh fuck, der kommt über die Welle. Wellestürmen kann nicht immer eine gute Idee sein. Kann auch total in die Hose gehen. Cool. Ist doch was, der wird jetzt gemessert. Von Reinhold Messmer. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Nieder mit ihm. Oh ja, geht souverän. Ich glaube, mit europäischem Bogenschützen habe ich auch nicht allzu oft gefinisht bis jetzt. Hast du auch der arme Sultan. Und das mit dem Minibürkchen. Wir hätten ein größeres machen können, aber dann wäre das eigentlich... Das wäre einfach viel zu schnell und einfach gegangen. Einfach nur... Weil wir hätten... Wir haben ja schon mit der Miniburg den ersten Sultan beschießen können. Also die Mission ist halt auch wieder sehr... Ja, also das Spiel meint es noch gut mit uns, obwohl wir eigentlich schon bei Hälfte angekommen sind. Aber gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei die Vergessenen. Für die Leute, die es nicht mehr kennen. Wir können kurz reingucken. Die Vergessenen. Ich weiß es noch. Gegen Rateschlange, Schwein und Wolf. Richtig. Aber an dieser Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann auch als Araber. Das könnte ganz interessant sein. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und... Bis zum nächsten Mal bei die Vergessenen. Bis zum nächsten Mal bei die Vergessenen.